Eines unserer IDS-Highlights ist das weltweit erste smarte Atemmessgerät von Sonicare. In nur 30 Sekunden erfasst dieses Gerät flüchtige Schwefelverbindungen und bestimmt so die Qualität des Atems. Diese Daten werden an eine App übertragen. Die App gibt wertvolle Tipps, um den Atem zu verbessern und trägt damit langfristig zu einer besseren Mundhygiene bei.